Hallo meine Lieben, hier habe ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 65 Quadratmeter ZK Brutto und diese Wohnung ist im Stadtteil Machmutlar und kostet nur 35.000 Euro. Wer Lust hat, schaut sie sich an. Das ist das Gebäude. Das Gebäude ist etwa 20 Jahre alt und das ist der Zugangsbereich vom Innenhof. Im Preis sind sogar die Klimaanlagen mit dabei, also 35.000 Euro, wer Lust hat. Es ist natürlich ein bisschen was zu machen. Ein bisschen, ja. Für manche muss man gar nichts machen, für manche Leute. Andere Leute würden komplett alles neu machen lassen wollen. Dazu solltet ihr aber euch das gesamte Objekt nochmal anschauen und dann in Ruhe überlegen. Es ist auf jeden Fall Platz da, um was zu machen. Das ist das Wichtige. Und wie ihr sehen könnt, also das Klo, also wer möchte, kann so einziehen und schon mal leben, ja. Aber das Bad würde ich schon machen lassen. Das seid ihr mit 2000, 3000 Euro mit dabei, um das neu zu fließen, um das Top herzurichten. Oder lasst es so wie es ist. Erstmal. Es ist im Hochpartaar und die Küche ist in einem Extraraum und es ist in einer City. Nebenkosten hätten wir knapp 80 türkische Lira, also 8 Euro im Monat Nebenkosten. Für Treppenhauslicht und Treppenhausreinigung und Gartenarbeiten und so weiter. Okay, meine Lieben, soviel mal von mir. Also wer Lust hat, zum Strand sind es etwa zwölf Minuten zum Fuß. Zum Fuß. Zum Fuß. Entschuldigung. Was gibt's noch? Nö. Ja, alle Geschäfte in der Nähe. Das ist halt Machmutler. Und hier, wie gesagt, Hochpatter. Und also wer eine günstige Möglichkeit gesucht hat, sollte hier zu langen. Okay, soviel von mir, meine Lieben. Bis zum nächsten Video.